Nach acht Monaten Konstruktionsarbeit ist es endlich soweit, die neue Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal wurde im April eröffnet. Die Kosten der 408 Tonnen schweren und 48 Meter hohen Brücke betragen insgesamt um die 8 Millionen Euro. Die Brücke befindet sich an der Schillerstraße, wo zwei Jahre zuvor die alte Brücke abgerissen wurde. Nun können Autos Münsterskanal wieder bequem überqueren und große Schiffe passieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017